jetzt gibt es von funke den feuerfalken zwei verschiedene varianten einmal den feuerfalke brokat die gelben und den silberknister ich habe jetzt hier schon hingetan wir fangen an mit dem feuerfalke silberknister so 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 ja sind noch welche übrig es sind also wirklich wie ihr sehen konntet sehr sehr schöne artikel und 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 und